jetzt muss ich mal kurz auf die map gucken das andere das war hier ich gehe jetzt einfach mal vorbei und guck ob das wirklich das ist und ich habe wirklich kein was ein portal zu nähter wurde erschaffen ich habe doch ein portal warte was ist das da hinten das ist neu lol hier ist ein neto portal alter was habe ich denn jetzt da bekommen helioid oh ja oh ja sehr gut das sind die steine wo wir brauchen für die richtung das ist helioid ist die beste richtung die es gibt habe ich gelesen oder mitbekommen aber wenn ich jetzt da brennt ist mir alles jetzt scheißegal ich nehme einfach mal so viel mit wie es geht ach gott verbrennt ok das mal aufpassen hier schon labern alles aber ich versuche einfach mal wie viel haben wir denn jetzt 22 das muss viel mehr sein ich muss viel mehr bekommen ist vielleicht doch gut dass ich doch das ein oder andere youtube-video geguckt habe zu hexet dann wüsste ich jetzt nicht dass zum beispiel hier helioid die wo die beste richtung wäre oder das dass es andere sachen gibt weil ich finde hexet eigentlich ein richtig geiles modpack muss man wirklich sagen nur wirklich zu empfehlen für alle andere die es noch nicht kennen ach so ich kann ja nicht ich bin ja nicht auf meinem auf meinem server so wir haben jetzt 40 ich bin immer noch zu wenig wow was richtig scheiße wäre wenn jetzt da ähm Dings drunter wäre Lava aber ich hoffe dass das jetzt nicht irgendwie verschwindet okay das war doch nicht so eine gute Idee ah ich brenne hier ist noch eins ah auch nicht okay 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 Gott sei Dank sind wir hierhin gegangen schön weil ich habe nämlich auch nirgends äh äh zu lesen bekommen wo man denn diese Helioriten herbekommt oder wie es auf auf Englisch heißt der glaube Cracket Knight soweit ich weiß da habe ich ja glaube letztes Mal sogar meinen äh hexet umgestellt auf Englisch okay das ist jetzt schlecht so da kann nix raus ich habe jetzt 57 äh wie viel soll ich denn mitnehmen ich weiß es nicht ich glaube ich nehme schon so so viel mit wie es eigentlich geht so ich habe am Anfang gedacht was sind okay was ist das was ist das für ein Stein nicht hier Lava okay das war nichts so hier noch das heißt man findet diesen Stein auch im Neto oder was bedeutet das weil ich kann das jetzt nicht so richtig deuten wieso jetzt der da ist weil zu mir ist also ich habe auch die wiki gelesen und da stand das Cracket Knight also dass man dieses Gestein nur findet durch den Meteoriten einschlag so viel habe ich gelesen gehabt aber dass es jetzt so entsteht gut ist mir auch recht dann haben wir viel davon ein Steck und zwölf haben wir eigentlich ja ich habe hier ein bisschen Baumaterial so machen wir die Erde weg ich habe auch keine Schaufel dabei oder schlicht okay das Lava das war eben nicht so gut ich suche hier einfach mal weiter vielleicht auch noch das ein oder andere Gestein noch da ist wie zum Beispiel hier oder hier oder da da kommt alles nichts raus warum ähm da oben ist noch so sagen wir ein Steck und 13 ja komm wissen wir uns mal wieder was ich ja eigentlich gucken wollte ist dieser Eingang der jetzt sich da befindet okay ne das ist nur die Bergkuppel glaube ich ja um zu dem Haar hat es geht ja gar nicht weiter kurz so das war so los die Runde machen und dann spendet mich die Sonne und sich hier gar nicht so habt ihr die Bergwerke kein Falschein bekommen ich nehme einfach mal alles mit was ich sehe wo ist das jetzt bin ich mal gespannt wie viel ich da Schaden mache neun okay und mit dem Big Sword mache ich ah da kann ich so eine Attacke machen ein k k k k k k k k k da mache ich 16 schaden okay das ist natürlich einiges mehr beim spiel ins borne her lauter lauter verzerrte bücher mann wir halt schon mit ist erste backpack auf würde einmal sein dass ich hier die rüstung rein 2 ich glaube dass da das pack ich auch gleich das andere also in diesen hier der schützt und wir sind das campo block okay mit der spiel block war das glaube er hat gesperrt effektiv das buch mache ich so okay was kann ich damit machen ging das nun mit wo nämlich um neben das mit i Z D N eben kann ich auch gucken was ich mit dem mit dem Kraften kann aber ich weiß nicht mehr wie das geht so einfach mal alles rein tun so 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 ja ja passt alles ich muss schön schontieren so 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 und es wird nacht jetzt bin ich mir nicht mehr sicher aber ich glaube wir waren ja letztes mal da hinten bei dem Eisturm oder ja die Spawners sind abgebaut bloß der eistübisch verschwunden oder der wurde alles zerstört wo ist der ach Gott da wo ist denn der sag mal ach da unten wo wo ich seh den gar nicht wo wo ach ich komm mit dem Ding nicht klar doch jetzt nein wo 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 wo